Willkommen zurück und willkommen zurück bei Winkeltje. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter und wir haben jetzt ja unseren Laden schon mal so weit mit ausgebaut, dass wir die ersten Dinge mit auslegen können, aber es fehlt noch einiges mehr. Wir kaufen jetzt erstmal ein bisschen was. Es gibt jetzt doppelte Regale. Das heißt, wir können zwei Dinge auf einmal mit reinpacken. Klar, der Preis ist ein bisschen teurer. Die Attraktivität ist relativ, aber wenigstens haben wir die Möglichkeit, wirklich sehr viel auch mit unterzubringen an den Wänden und das ist schon sehr viel wert. Deswegen bauen wir davon jetzt einfach mal eins hin, denn wir müssen ja sowieso noch weitere Waren mit hinzubringen und wir können auch mal gucken, was es sonst noch so gibt. Auf jeden Fall auch eine erhöhte Lagerkapazität. Das klingt ja schon mal sehr gut. Für 130 können wir auch ein Lager irgendwo oben mit ran bamseln. Das war vorher nicht möglich. Da gab es nur die Lager, die man auf den Boden setzen kann. Sehr schön. Also das wurde schon mal hinzugefügt. Das ist eines dieser Lager, die man auch noch mit ranhängen kann. Okay. Aber dies ist die Palette, die man unten mit hinstellen kann, um dementsprechend natürlich das Lager zu erweitern. Also sehr interessant. Weitere Waren können mit untergebracht werden. Hiermit hätten wir, das steht unten oder hinten rechts unten bei der Kiste, zehn weitere Plätze zur Verfügung stehend. Wenn wir uns die anderen beiden angucken, was kriegen wir hier? Fünf und zwölf. Das heißt, die Palette bringt tatsächlich am meisten. Die können wir aber auch hier mit hinstellen, denn dann kommen die Leute trotzdem noch oben mit ran und können sich ihre Waren holen und der Platz ist nicht verschwendet. So, Aufgabe erledigt. Platziere ein größeres Lager bzw. eine Palette. Benutze eine Werkbank. Wir hatten ja jetzt schon Level 5 freigeschaltet und mit Level 5 haben wir die Möglichkeit, auch etwas Neues freizuschalten. Das machen wir einfach mal. Wir gehen dann auf die jeweiligen Werkbänke und dort können wir entweder die Schneiderwerkbank freischalten, um selber dann auch Kleidung herzustellen aus Wolle oder aber den Herd. Dann können wir selber die Gemüsesuppe beispielsweise machen. Es gibt die Schmiede, wo wir selber Nägel und sowas alles produzieren können. Den Alchemie-Tisch, wo wir auch die Heiltränke und später auch Ausdauertränke und sowas machen oder eben einen Küchengarten, um selber dann auch Dinge anzupflanzen, die jetzt glaube ich noch nicht so großartig den Wert ausmachen, außer Äpfel. Aber Äpfel, ich weiß nicht, ob man Bäume anpflanzen kann. Das konnte man früher nicht. Da gab es dann nur Bohnen und sowas alles. Ist jetzt wahrscheinlich noch nicht der Fall. Gut. Herd, Schneiderwerkbank. Was nehmen wir? Wir nehmen erstmal die Schmiede. Die ist sowieso immer am wichtigsten. Ja, die schalten wir frei. Kostet 50. Ist in Ordnung. Kaufen wir uns. Gehen wir nämlich auf die Werkbänke. Es gibt ja hier verschiedene Dinge, die man anklicken kann. Lager haben wir gesehen. Wir haben jetzt die Auslagemöglichkeiten gesehen. Wir haben die Werkbank. Das wäre dann die Schmiede an sich. Die steht natürlich jetzt äußerst ungünstig, beziehungsweise die ist relativ groß. Ich muss mal gucken, wie viel es kostet, unser Gebäude noch ein bisschen auszubauen. Wir gehen einfach mal aufbauen. So, und da. Ja, das kann ruhig ein bisschen rustikal bleiben. Nö. Ruhig wieder mit hinbauen. Okay. Und wir sehen, das geht so. Das ist in Ordnung. Wobei er dann hier das Lager abreißt. Jo, ist okay. Kann verkauft werden. Ist in Ordnung. Werden wir später dann wieder hinbauen. Ist kein Problem. Und wir haben immer noch 140. Wir bauen das Regal wieder hin. Für die 44, bitteschön. Und setzen jetzt die Schmiede mit dazu. Ich hoffe, die passt dann hier auch in die Ecke. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ne, passt. Passt, wackelt und hat Luft. Was? So. Sehr schön. Gut. An dieser Schmiede, da können wir dann endlich diese Teile hier erstellen. Aber dafür brauchen wir Eisenwaren. Und die gibt es noch nicht. Die haben wir jetzt noch nicht zur Verfügung stehend. Aber vielleicht werden die in kürzester Zeit mit dazukommen. Wir gucken mal, was wir allgemein noch kaufen können für 46 kleine Dinge. Sprich Münzen können wir jetzt nicht so viel kaufen. Aber wir können zumindest die Nägel schon mal selber machen. Die brauchen wir nicht mehr einkaufen. Nur noch Eisen, das hier viel zu teuer ist. Kamille nehme ich einmal. Äpfel, Gemüsesuppe. Weil wir von allem irgendwie zu wenig haben. Samen werden normalerweise nicht gekauft. Und wir haben jetzt schon kein Geld mehr übrig. Dann lasse ich mal zweimal Eisen da. Und nehme lieber noch einen Haltranken mit. Holz kann ich mir noch kaufen. Okay. Ja, dann müssen wir erst mal verkaufen. Das geht nicht anders. So. Und hier müssen wir Eisen und Kamille mit reinpacken. Dass das auch schon mal mitverkauft werden kann. Okay. Drückt uns die Daumen, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Wir haben nichts mehr großartig im Inventar außer drei Nägel. Warum auch immer wir so viele Nägel haben. Aber ist okay. Schulden. Einmal von 20 getilgt. Zahle jetzt. Laden öffnen. Am Ende des Tages. Nicht jetzt. Jetzt haben wir kein Geld. Jetzt sind wir arm. Wir sind so verloren. Wir sind so kaputt. Na. Elisabeth. Schön dich zu sehen. Kauf ein. Bitte. Bring mir Geld. Ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Juhu. Wolle verkauft. Ich habe auch keine mehr. Aber einen Haltrack haben wir noch. Und die will nochmal Wolle. Da ist noch eine Gemüsesuppe. Bitte schön. Bei Stadtfesten kaufen die Leute tatsächlich auch mehr. Okay. Wir haben durch die Gemüsesuppe ein bisschen Geld gemacht. Dann kaufen wir jetzt erstmal zwei Hemden. Einen Haltrack. Einmal Kamille und Äpfel. Und Wolle hat er nicht. Das heißt ich muss die mit der Wolle gleich wegschicken. Aber Holz können wir nochmal kaufen. Und Eisen geht nicht mehr. Dafür haben wir dann nicht mehr genug. Geld. Ja gut. Ich lasse mal ein Hemd hier. Nehme lieber noch zweimal Eisen mit dazu. Kaufen. Oh. Ach ja. Wir haben keine Wolle mehr. Und? Was war hier? Ach die Suppe. Suppe haben wir auch nicht mehr. Okay. Eine ist unzufrieden. Tut mir leid. Beginnender Verkäufer. Wir haben einen neuen Titel freigeschaltet. Ja. Ich kann dir keine Suppe bieten. Ich könnte jetzt noch eine bestellen. Mal sehen ob die schnell genug ankommt. Ach die ist auch teuer. Na ich habe auch keine Kamille mehr. Ja. Ich verkaufe es dir mal so. Bestell einmal Kamille. Kamilla. So. Und dann haben wir aber die 40 Silberstücke zumindest bezahlt. Die kriegen wir gut raus. 140 haben wir noch. Warte mal. Ich lege dir das oben rauf. Dann kannst du es dir selber suchen. Und damit ist sie sehr zufrieden. Okay. Ja. Perfekt. Tag 5 beendet. Tagesbilanz 96 plus gemacht. Könnte besser laufen. Natürlich. Aber ich bin zufrieden. Das ist okay. So jetzt müssen wir erst mal ziemlich viel einkaufen. Oh. Gemüsesuppe. Nehme ich nur einmal Kamille. Nehme ich einmal Wolle und Hemden. Dann legen wir erst mal alles wieder rauf. Was wir allerdings machen könnten. Das fällt mir jetzt ein. Ist mal die Preise zu vergleichen. Es gibt ja jetzt auch einen alten Schrank. 68 Münzen kostet der. Da haben wir jetzt noch 80 Münzen übrig. Da passen jeweils nur drei Dinge rein. 68. Wenn wir einen kleinen Tisch nehmen. Der kostet 32. Das heißt wir haben im Prinzip nur das Doppelte bezahlt. Passen aber drei Dinge rein. Heißt Schränke sind wesentlich lukrativer als diese komischen Tische hier. Okay. Vielleicht sollten wir es also einfach verkaufen. Warte mal. Wie geht das? Rechtsklick. Und dann. Okay. Das Holz kriegen wir einfach wieder zurück. Das ist schön. Mit F kann ich verkaufen. So. Jetzt hat sich hier eine kleine Kiste aufgetan. Weil wir jetzt über die 15 drüber gekommen sind. Alles was drüber ist wird dann eben auf der Palette gelagert. Okay. Wir haben die Tische verkauft. Dementsprechend wieder ein bisschen Geld gemacht. Das Regal verkaufe ich jetzt auch erstmal. Genauso wie das hier. Und dann kaufen wir mal Schränke. Wenn auch erstmal nur rustikale kleine Schränke. Aber das ist ja okay. Die haben auch einen gewissen Stil. Ein gewisses Aussehen. Und man sollte natürlich die Kamera auch so ausrichten. Dass man dann immer auf die Schränke guckt. Damit man sieht was leer ist und was nicht. Das heißt die Schränke werde ich auch so mit aufbauen. Dass wir dann immer einen guten Blick drauf haben. So. Und da können wir nämlich noch viel mehr Gegenstände einkaufen. Muhaha. So. Ne ne. Das war schon richtig. Ich wollte dich befüllen. Achso. Erstmal das Menü schließen. Den muss ich noch ein bisschen weiter an die Wand stellen. So. Okay. Du bekommst Eisen, Nägel und Holz. Das ist halt der Bauschrank. Dann haben wir hier Wolle, Kleidung und Kamille. Und hier kommen die Äpfel rein. Die Gemüsesuppe und die Halltränke. Okay. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Wir können jetzt noch mal ein bisschen was einkaufen. Nehmen noch ein Hemd dazu. Einmal Holz. Einmal Wolle reicht. Kamille einmal reicht. Gemüsesuppe einmal reicht. Kaufen. Okay. Und damit sind wir eigentlich gut dabei. Wir haben noch 113 wunderbare Münzen. Und ich hoffe, dass der Händler demnächst noch ein bisschen was bringt. Ich sehe leider nicht, ob hier irgendwas fehlt. Das ist natürlich doof. Warte mal. Das müssen wir noch mal umstellen. Du kommst jetzt mal damit hin. Und dich stellen wir hier rüber. So. Dann sehen wir das besser. Ja. Perfekt. Okay. Hier muss sowieso keiner hin. Auf geht's. Neuer Tag. Neues Glück. Und hoffentlich ganz viel Geld. Wir sollen jetzt in 5 Tagen 47 Silberstücke zurückzahlen. Aber wenn das nicht klappt, dann war es ja auch nicht. Sehr viele Gegenstände. Die Leute können ganz viel kaufen. Wir werden auch immer mal wieder Eisen in einem hohen Vorrat kaufen, um das dann auch immer wieder zu Nägel machen zu können. Bringt halt mehr Geld. Neues Mobiliar freigeschaltet. Gemüsesuppe ist da. Oh, ich habe einen Kochhändler hier. Und er füllt immer gleich alle drei Dinge auf einmal auf. Das ist sehr praktisch. So. Ich verkaufe noch ein bisschen mehr, bevor wir bei ihm einkaufen, damit wir dann auch wirklich immer alles schön nachlegen. Und jetzt kaufen wir ein. Ah, wir kaufen bei dir viermal Eisen, fünfmal Eisen, gerne auch noch zwei Äpfel und dreimal Gemüsesuppen. Dort ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Auch wenn du nicht so viel mehr hast. Aber die Leute kaufen. Also bisher war noch keiner unzufrieden. Bisher hat noch keiner irgendwas vermisst. Kamille fehlt jetzt. Okay. Ja gut, die muss ich kaufen. Nehme ich gleich zwei. Kartoffeln gibt es jetzt auch. Okay. Heiltrank und... Nö, Nägel produzieren wir selber aus Eisen gleich. Deswegen kaufe ich noch einmal Eisen mit. Oh, ne, ist mir zu teuer. Wir nehmen nur die beiden auch bestellen. Muss ja eh nachher den Laden wieder auffüllen. Liesbett. Schön, dich zu sehen. So, kannst du deine Kamille selber rausholen. Bitteschön. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen mehr gekauft, damit wir dann noch ein bisschen mehr Geld machen. Acht. Naja. Okay, aber wir haben noch genügend Gegenstände übrig. Und wir könnten jetzt mit dem neuen Mobiliar vielleicht auch sogar ein größeres Lager haben. Mal gucken. Ja. Erhöht die Lagerkapazität des Ladens um zehn. Um zehn? Das ist ein großes Regal und 130 Silberstücke. Das könnt ihr aber vergessen. Dann packe ich doch lieber die Paletten auf den Boden. So, bitteschön. Dann haben wir jetzt noch mal mehr Platz. Und vor allem, das Wichtigste ist, wenn wir jetzt diese Palette hier aufnehmen, dann haben wir natürlich schon keinen Platz mehr. Sprich, wenn wir, ich sag mal, 30 Waren haben und nehmen die Palette hoch, ja, dann sind wir völlig überladen und wissen gar nicht, wohin damit. Deswegen ist es ganz gut, dass wir zwei Paletten haben, dass wir die zumindest hin und her schieben können. Okay, gehen wir mal an die Schmiede. Jetzt dürfen wir das erste Mal Nägel fertig machen. Wir haben ja bloß noch einmal Nägel. Je häufiger wir das machen, desto größer und besser wird unsere Professionalität im Schmieden. Das bedeutet, wir können auch dort Level erreichen. Und je nachdem, wie gut das Ganze geschmiedet ist, machen wir damit auch mehr Umsatz. Das heißt, ein lilaner Nagel bringt viel mehr als ein blauer Nagel. Und ein blauer Nagel bringt immer noch mehr als das, was wir jetzt aktuell produzieren können, nämlich nur Schund. Aber besser als nichts und wir müssen uns natürlich auch steigern, deswegen fangen wir schon mal an mit der Produktion. So, ein Nagel haben wir jetzt gebaut. Und das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir müssen noch die Kartoffeln, glaube ich, irgendwo hinbauen, ne? Fehlt uns sonst noch irgendwas? Gab es noch was Neues außer Kartoffeln? Nö. Gut. Wäre jetzt auch katastrophal. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Ja, bauen wir hier noch was hin. Erhöhe die Gesamtzahl der Artikel in deinem Geschäft durch Displays um 10. Das ist gut. Erhöhe dein Attraktivitätslevel, indem du Dekoration platzierst. Ja, das können wir auch gleich nochmal machen. Dekorationen haben wir auch sehr viele schon freigeschaltet. Und es gibt jetzt sogar einen Spiegel. Ändere dein Aussehen. Müssen wir nicht unbedingt machen. Also ich möchte gerne so bleiben, auch wenn die Schürze am Anfang des letzten Parts ein bisschen verrutscht ist. Aber das ist okay. Und da packen wir jetzt die Kartoffeln erstmal rauf. So, bitteschön. Und ihr seht, das sind die Nägel, die wir hergestellt haben. Nicht besonders hübsch. Sind jetzt nicht die schönsten. Deswegen ist es nicht so viel wert. Aber die werden besser. Und teurer. So, Kamille ist raus. Haben wir nicht mehr. Okay. Ich hoffe, wir können gleich noch einiges einkaufen. Achso, ich habe vergessen zu bauen. Ich wollte noch ein bisschen Dekoration aufbauen. Um unser Attraktivität Level zu erhöhen. Und dementsprechend nicht nur mehr Kunden anzulocken, sondern vielleicht irgendwann auch mal einen zweiten Händler am Tag. Das bin ich immer alles über den eulen Tresen kaufen müssen. Das ist viel zu teuer. So, Nägel sind drin. Da haben wir Äpfel und Gemüsesuppe. Da hast du auch noch einen Heiltrank. Kartoffeln. Bei dir kaufe ich gleich ein. Du bist schon wieder irgendein Essenshändler. Ich will kein Essen. Ja, Kartoffeln brauchen wir wieder. Und Wolle auch. Wolle hast du nicht, aber Hemden hast du. Nehme ich mal drei Stück. Kartoffeln auch. Drei Stück. Dreimal Eisen. Machen wir viermal Eisen. Dann kann ich auch noch ein paar Nägel herstellen. Die sind nämlich auch schon wieder fast alle. Okay, kaufen. Ja, hat uns wieder einiges gekostet. Achso, Wolle muss ich jetzt erstmal nachbestellen. Zweimal. Jetzt will sie Nägel haben. Sind keine Nägel mehr da? Oh, ich habe keine Nägel mehr, ne? Warte, ich schmiede schnell. So. Ich glaube, wir hatten zwar noch Nägel, aber ist egal. Da hast du die Nägel. Die will auch Nägel. Warum wollen die denn jetzt alle Nägel? Okay. Aber wir haben zumindest schon mal Profession Nummer eins. Gut. Und es hat geklappt. Und wir haben weitaus weniger Geld ausgegeben, als wenn wir gleich fertige Nägel kaufen. Top! Die Watte quillt. Tag sieben beendet. Sechs und achtzig. Silberstücke haben wir plus gemacht. Und können auch gleich noch ein paar Nägel herstellen. So, dann haben wir schon Level 2. Was auch immer das bedeutet. Wir werden immer besser. Nice. Nicer, nicer. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das mit der Dekoration machen. Was macht denn so ein Teppich? Kostet 50 und bringt uns 40 Punkte in der Attraktivität. Wie viel Attraktivität haben wir denn aktuell? Oh, guck mal. Die Spezialisierung ist wirklich überall. Da haben wir jetzt nichts Festes. Das ist okay. Aber da wollte ich nicht rauf. Zum Freischalten müssen wir auch noch einiges erst fertig machen. Wir haben schon vieles freigeschaltet. Viele Regale und so. Die wir dann einfach nutzen können. Großer alter, unordentlicher Schrank. Egal wie ordentlich der ist. Der wird uns helfen. Das ist unser Inventar. Ereignisse und Ziele. Nein. Dann muss ich jetzt so Dekoration kaufen. Geht nicht anders. Ein Bild. Was bringt das Bild? 60. Okay. So, dann haben wir Attraktivitätslevel 2. Attraktivität des Ladens erhöht. Der Laden. Ich habe es nicht lesen können. Verdammt. Aber was wir auch schon mal machen können, ist den Laden zu erweitern. Vielleicht demnächst. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch mehr Attraktivität mit reinbringen können. Ein Fass. Was hat denn das? Achso. Im Haus. 215. Außerhalb des Hauses. 35. Okay. Aber dann müsste ich irgendwas verkaufen. Ich habe kein Geld dafür. Also wir sehen immer das, was rot markiert ist. Leicht rot. Dunkelrot. Das ist natürlich dann auch zu teuer. Das können wir uns nicht leisten. Großer Stein. Ja. Schon haben wir Attraktivität. Level 3. Okay. In drei Tagen müssen wir 47 Silberstücke zurückzahlen. Erhöhe deine Attraktivität, indem du Dekoration platzierst. Verkaufe Waren bis zu 100 Stück. Erreiche bei Kunden die höchste Meinung. 7 von 20 haben schon die höchste Meinung. Schmiedenägel. Okay. Da sind wir ja noch fleißig bei. Alles gut. Muss ich noch irgendwas nachkaufen. Ich habe eh kein Geld mehr. Aber ich frage trotzdem. Kamille nehmen wir auch nochmal. Nägel machen wir selber. Und halt Tränke kaufen. So. Kommt rein, meine Lieben. Im Übrigen wird zwar angezeigt, dass wir null Nägel haben. Aber wir haben eben null Nägel auf normal. Wir haben eben Schrottnägel. Die wir selber produziert haben. Ja, natürlich. Der war nur da wegen Kamille. Weil die gefehlt hat. Aber jetzt müssten eben auch mehr Kunden kommen. Und dementsprechend mehr kaufen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Händler heute kommt. Denn wir werden auch jede Menge Geld damit machen. Na, ich warte mal noch. So lange, bis der fast abgelaufen ist. Und die anderen dann auch gesagt haben, was sie brauchen. Dann können wir in Ruhe einkaufen. Ich brauche Äpfel. Ich brauche Kamille. Kamille. Was brauchen wir noch? Eiltränke nehme ich auch nochmal. Zwei Stück Eisen brauche ich auf jeden Fall. Ich will noch die ganzen Nägel fertig schmieden. Kartoffeln. Zwei Stück. Holz. Gibt sogar besseres Holz aktuell. Das nehmen wir mal. Und Wolle. Ist das die? Ne. Wolle habe ich bisher noch nicht gekauft. Okay. Kaufen. So. Das müsste reichen, um auf jeden Fall jede Menge Leute zufriedenzustellen. Neues Mobile Jahr freigeschaltet. Artischocken freigeschaltet. Und sind jetzt auch anpflanzbar. Ich hoffe, die wollen den jetzt nicht essen. Bitte nicht. Ich habe keinen Platz mehr bei mir. Und vor allem kein Geld. Ich habe echt gedacht, es kommen mehr. Und kaufen auch viel mehr ein. Naja, immerhin ein bisschen was. Okay. Tag 8 beendet. Tagesbilanz 116 plus gemacht. Na gut. Den Stein könnten wir im Prinzip wieder verkaufen. Und dementsprechend unsere Dekoration wieder zurückholen. Und zurückdrehen. Aber das will ich jetzt nicht. Wir bauen mal weiter aus. Ich brauche eigentlich mal eine Tür. Das wir denn auch rausgehen können, um das ein oder andere mit anzupflanzen. Aber warte mal. Dafür machen wir erstmal das hier zu. Öh, ich wollte keine Tür. Also keine zwei Türen. Wie mache ich jetzt eine Tür da rein? Achso, okay. Ja, Änderungen übernehmen. Dann gehen wir jetzt hier mal raus. Wui. Und dann sind wir draußen unterwegs. Und hier können wir dann auch verschiedene Dinge anpflanzen. Können auch den Stein noch ein bisschen umstellen. Der steht hier ein bisschen im Weg. Und gießt mal ganz hinten in die Ecke. Da brauchte ich kein Mensch. Deswegen bin ich froh, dass wir einen großen Laden genommen haben. Der Laden ist jetzt beliebter bei den Kunden. Schön. Und wir sind noch bei 114 wunderbaren Silberstücken. Brauchen wir noch irgendwas? Wolle, Holz, Kartoffeln nehme ich auch noch gerne zweimal, weil die gerade 0% haben als Erhöhung. Nägel kann ich selber machen. Artischocken brauchen wir jetzt. Eisen nehme ich noch einmal, weil es sonst zu teuer wird. Und Hemden, ja, sind okay. Nä. Immer das ganze Geld, das einfach so verschwindet. Ist das furchtbar. Na gut. Es gibt jetzt auch doppelte Regale. Uh, da passen sogar sechs Dinge rein. Großer, alter Schrank. Das heißt, wir könnten im Prinzip das hier alles zusammenlegen. Und dann die beiden Dinge verkaufen und nochmal so einen großen Schrank kaufen. Und vielleicht würde das sogar mehr bringen. Wir versuchen es mal. Wenn nicht, müssen wir halt alles nochmal neu umbauen. Ist natürlich doof, weil man die ganzen Gegenstände dann immer wieder neu zuteilen muss, um sie dann mit R wieder belegen zu können. Aber müssen wir jetzt einfach mal durch, ne? Ah, ich kann es mir nicht leisten. Scheibenklästern. Vielleicht können wir nochmal einen kleinen Schrank und irgendwas anderes mit hinzubauen. Aber was? Noch einen Schrank? Ja, brauchen wir über kurz oder lang so oder so, ne? Ja gut, dann machen wir das. So, danke schön. Schließen und einlagern. Was brauchen wir denn hier? Hier machen wir Essen rein. Essen, 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 Essen. Ja, ich packe das jetzt einfach mal zum Essen mit dazu und dann ist gut. So, hier kommen wieder Baumaterialien mit rein. Und irgendwas war noch. Nägel. Nägel habe ich nicht. Ah, okay. Gut. Und schon haben wir wieder weitere Nägel. Ah, etwas Ruhe, ein Kaffee und ein Video von Biso Zimt ist alles, was ich brauche. Gut, dass ich ihn abonniert habe. Kommt jetzt das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.